Kennt ihr Murko LB? Kennt ihr Kronk? Wen kennt ihr an Let's Playern? Let's Playern, alte 4 Games, aber... Wie? Den kenn ich nicht. Sonst keinen? Wir sind auch schon wirklich. Achso, ja, ok, danke. Alle voll random hier. Ja, wir finden da. Das ist doch kein Kronk. Wir sind hier nur mit unterbemitteln. Frag die mal da vorne. Kennt ihr Let's Playern? Äh, nee. Die Center of the Gamestorm kennen keine Let's Playern. Ok, danke. Ich muss meine blöden Kommentare rausschneiden. Können Sie Deutsch? Ja. Kennen Sie... Hm. Hm. Wurde es mal jünger willkommen, ja? So Gaffer. So Gaffer? Das kann doch nicht sein, oder? Finde mal Zwölfjährige mit Zwölferband. Ja, die würdest du hier nicht mehr finden heute. Besonders nicht hier an der Halle. Ist gut. Und das 16-Jährige? Das kann doch nicht sein. Frag mal die Gruppe, die da am Boden sitzt, die am Boden zerstört ist. Was denkt ihr? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das kennt ihr Deutsch? Ja. Kennt ihr zufällig Displays? Wrong? Ja? Kennt ihr Let's Play Like a lady? Ja? Let's Play Like a lady. Das Mirko LP Nur sie Andreas LP German Mafia Okay, dann trotzdem danke Der ist ja voll unbekannt, alle hier Wenn irgendjemanden treffen, dann mach ich eine Flasche Schnaps aufdürfen Entschuldigung Keine Bursi, kein Das Mirko Keine Coldmirror Doch, Coldmirror Ah, Coldmirror, kennst du? Tschüss Ich verzweifle hier, wenn wir einen finden, dann... Ja Kennt ihr letzten Life Lady? Wollt ihr mal mit der Sprechen? Autogramm Sonst was Das ist aber voll die Werbung Ja, wir haben jetzt jemanden gewonnen, der die kennt Wuuuh Wenn ihr wollt, könnt ihr etwas mitkommen Ja? Dann auf! Auf, auf! Weeeeey! Wir warten noch kurz Wollt ihr noch zusammen? Ja, kriegt ihr aber Haha, nur kriegt ihr aber Haha, äh äh Linn 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 Wir haben tatsächlich Leute gefunden, die dich kennen Ja Ja, die wollen ein Autogramm Hahaha Hahaha Vielleicht ein Autogramm steht drauf Wer ist denn? Der ist der Kleine, oder? Ja Aber wir sehen uns Alla geht fast Ja, die sind